Fresenius ist der größte Krankenhausbetreiber Deutschlands, ist aber auch in Spanien und Lateinamerika aktiv und entwickelt schlüsselfertige Projekte für andere Unternehmen weltweit. Gleichzeitig produziert Fresenius Generica, Infusionen, Produkte für die klinische Ernährung und weitere Medizinprodukte. Heute sage ich dir meine Meinung zu dem Gesundheitskonzern und zeige dir gleichzeitig die jüngsten Zahlen aus dem letzten Jahr. Bitte beachte, dass ich hier keine individuelle Anlageberatung mache, sondern das Video nur meine persönliche Meinung darstellt. Beim investieren in Aktien gibt es Risiken bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals und ich übernehme keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder deine Investitionsentscheidungen. Guti, und jetzt wo das klar ist, schauen wir mal an, was dich heute erwartet. Zuerst stelle ich euch die einzelnen Teile von Fresenius vor, bevor wir uns die Konzernkennzahlen, das Schuldenproblem und den Ausblick anschauen und zum Schluss auf einen Kurs zu kommen. Wenn dich nur die harten Zahlen interessieren, spring ruhig vor, in der Videobeschreibung sind Timestamps. Ich bin Luca und wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Fresenius Helios ist der größte Krankenhausbetreiber Deutschlands und stellt 5,5% aller Krankenhausbetten in Deutschland bereit. Von 86 Krankenhäusern in Deutschland sind 6 sogar Maximalversorger. Zur Helios-Sparte gehört auch die spanische Krankenhauskette Chiron Salud. 99 Gesundheitszentren, 58 Krankenhäuser und sogar 8 Unikliniken gehören damit zum Unternehmen. Die meisten davon in Spanien, doch auch in Portugal, Kolumbien, Peru und sogar Dubai hat man inzwischen Krankenhäuser. Nach seinem Amtsertritt hat Stefan Sturm, der Fresenius bis 2022 geführt hat, Chiron Salud für 5,76 Milliarden Euro gekauft und damit die größte Übernahme in der Firmengeschichte getätigt. Damals wollte man rasant wachsen und seine Gewinne ausbauen. Dazu kaufte man auch nach der Übernahme weitere Krankenhäuser dazu. Nachdem man 2020 die Maltese Rhein-Ruhr übernommen hat, kam 2022 jedoch ein Strategiewechsel. Die Profitabilität ging zurück und Fresenius machte sich sogar auf die Suche nach einem Minderheitsinvestor für die Helios-Gruppe. Im Rahmen des Konzernumbaus hat man im letzten Geschäftsjahr angefangen, Teilbereiche zu verkaufen. Beispielsweise einen Mehrheitsanteil am Krankenhaus in Lima. Auch die Eugien-Gruppe ging über die Ladentheke. Erst 2020 übernommen, verkaufte der neue CEO Michael Zen die Eugien-Gruppe, die sich mit Reproduktionsmedizin beschäftigt, mit Gewinn gegenüber dem Einstandspreis an das KKR-Konsortium und erlöste so 500 Millionen Euro. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, dann freue ich mich über dein Abo, damit du auch in Zukunft weitere spannende Updates zu Fresenius und weitere spannende Aktienanalysen von mir angezeigt bekommst. Die Entwicklung bei Helios war erfreulich. Der Umsatz wuchs um 5% und das Ergebnis vor Steuern und Zinsen um 4%. Bei Helios gibt es eine gewisse Saisonalität, sodass das vierte Quartal traditionell am stärksten ist. Für das nächste Jahr plant Fresenius weiteres Umsatzwachstum von 3% oder 4%, was bei stabiler Marge ein entsprechendes EBIT-Wachstum nahelegt. Schauen wir uns das nochmal nach Regionen an. Deutschland macht etwa 60% von Helios aus, während Chiron Salud 40% beisteuert. Die spanische Sparte zeigt ein etwas schnelleres Wachstum, was wohl daran liegt, dass man insgesamt ein zusätzliches Krankhaus übernommen hat, während man in Deutschland eins abgab. Auffällig ist, dass bei Chiron Salud 95% der Patienten ambulant behandelt werden, während man in Deutschland 20% stationär aufnimmt. Hier sieht man auch noch Helios Fertility, das ist die Eugiengruppe, die ab nächstes Jahr dann aber nicht mehr zum Ergebnis beitragen wird, bisher 2,7% zum EBIT beigetragen hat. Fresenius Carpi vertreibt Medizinprodukte und Medikamente, bietet aber auch Dienstleistungen an. Adalimumab ist ein Beispiel für ein durch Fresenius hergestelltes Medikament, das bei rheumatischer Arthritis zum Einsatz kommt. Aber auch als Produzent von Antibiotika und anderen Arzneimitteln, insbesondere in der krankenhausgerechten Darbietung als Infusion, ist Carpi aktiv. Neben Wundversorgung führt Carpi-Produkte zur Kontinenzversorgung, für künstliche Ernährung und künstliche Darmausgänge, Systeme zur Patientenüberwachung oder auch Lösungen zur Blasenspülung. Viele dieser Produkte werden vor allem bei geriatischen Patienten verwendet, sodass die demografische Entwicklung tendenziell das zukünftige Wachstum fördern sollte. Als Wachstumschance werden sogenannte Biosimilas gehandelt. Dabei handelt es sich um biologisch erzeugte Asneimittel, beispielsweise aus genetisch angepassten Bakterienkulturen, die keinem Patentschutz mehr unterliegen. Letztes Jahr konnte Fresenius zum Beispiel Stimufent einführen, das jetzt anstelle des originalen Krebsmedikaments Neulasta verwendet werden kann. Die Expertise in der Anwendung von Biosimilas birgt bei Auslaufen weiterer Patente immer neue Wachstumschancen für Fresenius. Ein weiteres Biosimilas, das bei Schuppenflechte hilft, konnte man letztes Jahr auf dem amerikanischen Markt zulassen. So wuchs der Umsatz mit Biosimilas auch um 66%. Insgesamt konnte Kabi den Umsatz organisch um 7% steigern und erzielte ein 3% höheres EBIT als im Vorjahr. Kabi setzt klar auf Wachstum und hat hierbei größere Ambitionen als Helios. Die aktuelle EBIT-Marge von 14,3% soll auch noch ein wenig verbessert werden. Als Wachstumstreiber setzt man vor allem auf Biosimilas, aber auch auf Medizintechnik wie die Eventix Infusionspumpe, die 2022 mit der Übernahme von MApps Science ins Fresenius-Portfolio kam. Fresenius Vamed ist eine kleinere Sparte des Fresenius-Konzerns und trägt etwa 10% zum Umsatz bei. Fresenius Vamed bietet Dienstleistungen für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen an, die von Entwicklung, Planung und Betriebsführung von Gesundheitseinrichtungen bis zu Patientendienstleistungen in allen Bereichen der medizinischen Versorgung gehen. Man hat beispielsweise bereits 25 Projekte mit öffentlichen Partnern entwickelt, darunter auch die Djanga Polyklinik in Ghana. Auch Gesundheitsressorts gehören zu Vamed und damit ist Fresenius in Österreich sogar Marktführer. Der Anteil von Fresenius an Vamed beträgt 77% und leider ist Vamed bisher kaum profitabel. Ein Teil des Geschäfts gibt Vamed daher nur noch auf. In den letzten beiden Quartalen konnte Vamed aber zumindest wieder eine positive EBIT-Marge erzielen. Während die Projektentwicklung hier schwächer war, konnte man im Servicebereich um 4% wachsen. Für das laufende Jahr strebt man eine EBIT-Marge von 2-4% und hat Umsatzwachstum von ungefähr 5% an. 2025 will man dann die Zielmarge von 4-6% erzielen. Vamed ist also nicht unbedingt das Kronjuwel von Fresenius, aber scheint langsam in die richtige Richtung zu laufen. Eine Sparte gibt es noch, die jetzt aber nicht mehr in der Bilanz konsolidiert wird und auch nur zu 30% zu Fresenius gehört. Die Rede ist natürlich von Fresenius Medical Care. FMC kümmert sich vor allem um Dialyse und hat daher im Zuge der Covid-19-Pandemie, als viele Patienten starben, und im Zuge der Markteinführung von Nocempeg, für das man wegen seiner Wirkung als Antidiabetikum einen Nachfrageeinbruch bei FMC prognostiziert, einstecken müssen. Fresenius hat der FMC voll in seinen Bilanzen konsolidiert, obwohl man nur 32% der Aktien hält. Wegen der sich verschlechternden Zahlen, insbesondere in Bezug auf Profitabilität, hat man FMC inzwischen entkonsolidiert. Fresenius partizipiert natürlich trotzdem weiterhin am Erfolg und Misserfolg des Unternehmens. Für die kommenden Jahre werden bei FMC wieder steigende Gewinne erwartet. Ich persönlich denke auch, dass die Maglutid, der Wirkstoff von Nocempeg, irgendwann in den nächsten Jahren deutlich an Popularität verlieren wird, weil er doch enorme Nebenwirkungen hat. In der Vergangenheit wurden Medikamente, die zur Gewichtsentnahme führten, bereits häufiger verboten. Der massive Eingriff in den Stoffwechsel bleibt nämlich meistens nicht folgenlos. Die Beteiligung, die aktuell 3,3 Milliarden Euro wert ist und somit 22% von Fresenius' Marktkapitalisierung entspricht, könnte daher wieder an Wert gewinnen und über höhere Dividenden auch zu höheren Gewinnen bei Fresenius führen, was sich dann auch auf die Fresenius-Aktie auswirken sollte. So, ein bisschen waren wir jetzt schon in den Konzernkennzahlen. Nachdem wir uns die einzelnen Teile angeschaut haben, werfen wir jetzt aber einen Blick aufs große Ganze. Am Abend des 27. Februar stand die Fresenius-Aktie bei 26 Euro. Das sind fast 46% weniger als vor 5 Jahren, entspricht aber ungefähr dem, was wir bereits vor einem Jahr gesehen haben. Die Aktie lief dabei zur Enttäuschung vieler Investoren zwischen 24 und 31 Euro seitwärts. Der orange Pfeil zeigt, wo ich meine Einmalposition gekauft habe, gleichwohl läuft aber auch schon seit einem Jahr ein Sparplan. Fresenius wird auf dem aktuellen Niveau mit 14,31 Milliarden Euro bewertet und hätte ein 2022er KGV von 10,65. Wir haben aber ja jetzt die Zahlen für 2023, in denen allerdings ein negativer Einmaleffekt in Höhe von einer halben Milliarden Euro durch die Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care enthalten ist. Neben höheren Kosten und Ausgaben für das Effizienzprogramm führten Abschreibungen höhere Zinsen, höhere Steuern und dieser Einmaleffekt letztendlich zu einem Verlust von 1,05 Euro pro Aktie. Das ist jetzt natürlich erstmal kein Kaufargument, müssen wir uns aber nochmal genauer anschauen. Auch näher hinschauen müssen wir beim Kurs-Buchwert-Verhältnis von ungefähr 1. Während der Umsatz um 4% gewachsen ist, sind die Kosten um 7% gestiegen. Das drückt natürlich erstmal aufs Ergebnis. Ich gehe davon aus, dass höhere Personalkosten und Energiekosten auch dazu beigetragen haben. Und während die Energiekosten etwas zurückgegangen sind, dürften die Personalkosten weiter steigen, da der Helios-Tarifvertrag eine weitere Erhöhung um 4% am 1.7.2024 vorsieht. Aber auch die Zinsen haben mit 416 Millionen Euro deutlich stärker aufs Ergebnis gedrückt als im Vorjahr mit 215 Millionen Euro. Für die Transformation von Warmed hat man 426 Millionen Euro ausgegeben und auch die Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care macht einen Buchverlust von einer runden halben Milliarden, da die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care geringer ist als das Eigenkapital. Goodwill ist die Bewertung von Vermögenswerten über ihrem eigentlichen Buchwert. Und Goodwill ist bei Fresenius ein Problem. In der Bilanz sieht man, dass das Goodwill von 17,31 Milliarden Euro auf 16,01 Milliarden Euro zurückgegangen ist. Man hat also auch eine gute Milliarde an Goodwill abgeschrieben. Genauso wie im Vorjahr drücken diese Abschreibungen aufs Ergebnis. Wenn wir schon von Goodwill reden, sieht man auch, dass das ums Eigenkapital nicht gut bestellt ist. Fresenius hat mehr Goodwill in den Büchern als Eigenkapital. In der Realität ist Fresenius also komplett von Fremdkapital abhängig und das führt auch zur verhaltenen Kursentwicklung seit der Zinswende. Ähnlich geht es beispielsweise British American Tobacco, die auch mehr Goodwill in den Büchern haben als Eigenkapital. Den Goodwill irgendwann abzuschreiben macht Sinn, drückt immer natürlich deutlich auf die Zahlen, da Abschreibungen als Verlust gelten. Fresenius schreibt schon seit vielen Jahren sein Goodwill ab, 2015 war er im Verhältnis zum Eigenkapital noch fast doppelt so hoch. Die Zahlen sind recht schwierig zu interpretieren, weil es wegen der Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care keine Referenzzahlen aus dem Vorjahr gibt und durch die Dekonsolidierung auch noch der Sondereffekt zu Buche schlägt. Man hat also 1,3 Milliarden an Goodwill abgeschrieben. Das hat mit dem operativen Geschäft aber nichts zu tun. Trotzdem mindert man so das Eigenkapital. Ich ziehe von den 1,3 Milliarden Goodwill, also die 622 Millionen ab, die das Eigenkapital sich gemindert hat. Da schlage ich die 500 Millionen drauf, um die das Eigenkapital wegen dem Sondereffekt der Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care gemindert werden musste. Und dann wären abseits dieser beiden Effekte operativ 1,176 Milliarden bei Fresenius hängen geblieben. Daraus ergibt sich ein angepasstes KGV für 2023 von 12,45. Da sind die Steuern schon weg und es ist immer noch einmal Belastung von WAMED und vom Kostensparungsprogramm drin. Gucken wir uns im Ausblick noch genauer an. Jetzt kurz zu den Schulden. Noch einmal meine Bitte, klickt doch auf Abonnieren. Die Zinskosten haben sich in 2023 fast verdoppelt und lagen jetzt bei 418 Millionen Euro. Auch 2024 muss man noch einmal gute 1,7 Milliarden Euro refinanzieren und das wird sicher noch zu etwas höheren Zinsen führen. Trotzdem geht Fresenius davon aus, dass sich die Zinskosten in 2024 nur noch um wenige Prozent erhöhen werden. Gleichzeitig will man das Verhältnis von Einnahmen und Schulden deutlich verbessern. Hierzu setzt Fresenius auf Verbesserungen im operativen Geschäft, Kosteneinsparungen und auch Schuldenabbau, unter anderem durch das Aussetzen der Dividende. Hierzu war Fresenius ja gezwungen, um Energiebeihilfen des Bundes behalten zu können. Die Transformation von Warmed hat in 2023 554 Millionen Euro gekostet. Dafür rechnet man jetzt im kommenden Jahr damit, dass Warmed wie in den beiden Schlussquartalen endlich positiv zum Ergebnis beiträgt. Für das nächste Jahr gehe ich dann von geringeren Transformationskosten aus, die aber nicht genau beziffert werden. Wir gehen also für nächstes Jahr einfach mal davon aus, dass man nur noch halb so viel investiert und wir eine EBIT-Marge von immerhin 2,5 Prozent erzielen. Dann würden wir bei Warmed operativ ungefähr 90 Millionen Euro besser stehen als dieses Jahr und 227 Millionen Euro an Investitionen sparen. Außerdem hat man in 2023 221 Millionen Euro für das Kosteneinsparungsprogramm ausgegeben. 2024 und 2025 sollen insgesamt noch 100 Millionen Euro ausgegeben werden. Gehen wir mal davon aus, dass davon 60 Millionen Euro auf 2024 empfallen, dann wäre das schon ohne die Kosteneinsparung einfach durch geringere Investitionen in das Sparprogramm. Schon mal im Ergebnis 161 Millionen Euro mehr. Außerdem geht man davon aus, bei Kabi und Helios weiter wachsen zu können. Da kommen unterm Strich bei nur marginal höheren Zinskosten vielleicht auch nochmal um die 80 Millionen Euro bei rum. Kommen wir zu meinem Fazit. Wie immer natürlich nur meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung. Die Investitionen in Aktien sind mit Risiken behaftet, die bis zum Totalverlust führen können. Ich kann für die Richtigkeit der dargestellten Informationen genauso wenig Haftung übernehmen wie für eure Investitionsentscheidungen. Friesenius wurde von 11 Analysten mit einem durchschnittlichen Kursziel bei 35,55 bedacht. Berenberg & Co. sind mit 43 Euro besonders optimistisch und loben die Fortschritte in Bezug auf Profitabilität und Schuldenstruktur. Am pessimistischsten ist die Credit Suisse, aber sie haben das Kursziel nach den neuesten Zahlen dennoch von 27 auf 28 Euro angehoben. Wegen der hohen Schulden hält der andere Wettbewerber für interessanter. Ich gehe auch davon aus, dass wir den Tiefpunkt jetzt wohl gesehen haben, weil die Transformation den Scheitelpunkt überschritten hat und wir überdies bald Zinssenkungen sehen dürften, wodurch die Risikoprämie bei Aktien und damit auch die Kurse steigen dürften. Doch was ist mein Kursziel? Ich gehe von einem Basis-KGV von 10 aus und gewähre ein Blutschip-Premium von 1 und einen Wachstumsmodifikator von 1 für moderate Wachstumserwartungen abzüglich einem Modifikator von 1, weil die Eigenkapitalausstattung nur aus Goodwill besteht. Auch die weitere Existenz von risikolosen Zinsen von mutmaßlich etwa 3% Anfang 2025 führt zu einem Abschlag. Hierbei lege ich das von mir erwartete 2024er KGV zugrunde. Dazu ermitteln wir erstmal den angepassten erwarteten Gewinn. Wir nehmen die 1,176 Milliarden, die wir vorher ausgerechnet haben, die 317 Millionen, wenn man nur noch halb so viel in Vamit investieren muss und die 2,5% EBIT-Marge erzielt werden, die 161 Millionen an verringerten Kosten durch das Sparprogramm und die 80 Millionen mehr Gewinn aus dem operativen Geschäft von Helios und Kabi abzüglich etwas höheren Zinskosten. Dann macht Fresenius dieses Geschäftsjahr 1,734 Milliarden Euro Gewinn, was 3,10 Euro pro Aktie entsprechen würde. Daraus ergibt sich ein fairer Wert von 31 Euro pro Aktie. Das sind immerhin 20% mehr als aktuell, aber auch keine super Rakete. Es kann allerdings sein, dass die von Fresenius Medical Care gezahlte Dividende jetzt noch dazu gezahlt werden muss, weil die Dividende jetzt nicht mehr bilanziell aus dem eigenen Eigenkapital erfolgt. Das wären dann 100 Millionen Euro zusätzlich und dann läge das Kursziel bei 32,50 Euro. Das wäre allerdings auch nur für das laufende Geschäftsjahr. Wir können auch noch Prognosen für die weitere Zukunft stellen. Wir nehmen wieder die 1,176 Milliarden aus dem Geschäftsjahr 2023 und gehen dann davon aus, dass es keine Umstrukturungskosten bei Vamit mehr braucht, während die Profitabilität gleich bleibt wie in den letzten zwei Quartalen 2023. Dann bedeutet das in 2025 ein um 594 Millionen Euro besseres Ergebnis. Außerdem fallen die Transformationskosten aus dem Sparprogramm jetzt komplett weg, sodass das Ergebnis 221 Millionen Euro höher ausfällt. Und wenn wir denken, dass Wachstum und Einsparungen in 2025 nochmal 50 Millionen in die Kassen spülen, können wir jetzt auch von 130 Millionen Euro ausgehen. Dann sind wir bei 2,121 Milliarden Euro, was 3,95 Euro pro Aktie entspricht. Daraus würde sich dann ein Kursziel von 39,50 Euro ergeben, 41 Euro, wenn man die Dividende von FMC noch dazu zahlen muss, was ich nicht eindeutig sagen kann. Was ich allerdings noch dazu sagen kann, ist, dass Fresenius in der Regel die Analystenschätzungen übertrifft, man also tendenziell eher tief stapelt und ich habe ja auch eher konservative Annahmen getroffen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 35,55 Euro liegen die Analysten hier also meiner Meinung nach ziemlich gut. Nur die Zeit wird zeigen, ob Fresenius sich dank Effizienzprogramm Wachstum und Zinswende wieder so profitabel aufstellen kann wie in der Vergangenheit und damit höhere Kurse rechtfertigt. Aber zum aktuellen Kursniveau macht man meiner Meinung nach nichts falsch. Wenn ihr die Entwicklung von Fresenius verfolgen wollt, lasst mir euer Abo da und gerne sagt mir eure Meinung zu Fresenius. Bis dann, euer Luca.